Ich fand das so toll, dass ich unbedingt wollte, dass ich auch eine habe und spielen kann. Irgendwann habe ich mich so viel gebettelt, dass sie ja gesagt haben. Der Mann hat die Trompete ausgewählt, weil es laut ist. Die Trompete hat eine schöne Farbe, Gold, helleres Gold. Und das ist ein großer Teil seines Lebens. Eigentlich muss ich jeden Tag üben, aber manchmal hat das zu viel gemacht für mich. Er hat diese obstruktive Bronchitis, das ist, wenn die Lungen und die Bronchen einfach enger werden. Im Sommer besonders, es ist ganz schlimm, weil die ganze Polen... Wenn Taman diese Not bei dem Atem hat, ist es ihm unmöglich zu spielen. Es kann so von einer bis zwei Wochen nehmen, dass er wieder die Gesundheit zurückbekommt. Das Ziel ist, dass du das für ein kleines Konstruktorin... ...konstellst du das für ein kleines Konstruktorin... ...konstellst du das für ein kleines Konstruktorin... ...konstellst du das für ein kleines Konstruktorin... ...aber es ist ganz spannend. Hast du von Heidenkonzerts etwas gehört schon? Ne, sagt ihr nicht? Oh nein, ich kann das nicht. Das ist ein kleines Konstruktorin. Schon seit zwei, drei Monaten nichts zu Hause. Er hatte keine Probleme zu Hause. Seit Taman die Geräte zu Hause hat, muss ich sagen, er hat keine Tunde ausfallen lassen. Das ist eine Erleichterung. Ja, ich brauche nicht mich Sorgen zu machen. Ich weiß, das Gerät ist da und das ist beruhigend für mich. Das ist ein kleines Konstruktorin. Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich biete am Ende ganz, ganz viel Applaus. Applaus Das ist ein kleines Konstruktorin. Wir sind Hauptstadt Blech, ganz viele Instrumente. Wir wollten dich fragen, ob wir mit dir zusammen spielen dürfen. Als Orchester. Ja. Ein Neunjähriger spielt ein Trompetenkonzert. Ich habe mit neun Jahren Trompete angefangen. Ohne Ausnahme hat er sein Bestens gegeben. Er hört gut, er fühlt die Musik ohne Dirigent. Wunderbar. Super. Super, danke sehr. Klasse, klasse. Klasse, klasse. Klasse. Klasse.